Der Braun MGK 3321 Das 6 in 1 Multigroom Haarschneider Set von Braun ist ein Allrounder in Sachen Haar- und Bartpflege sowie Styling. Als das handlichste Modell der Serie bietet er sieben verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich Bart, Gesichts- und Haarschnitt, Detailtrim sowie das Trimmen von Ohr- und Nasenhaaren. Für letzteres liegt dem Set ein Extraaufsatz bei. Das Gerät zeichnet sich durch 13 unterschiedliche Längeneinstellungen von 0,5 bis 21 mm aus. Mithilfe von drei Trimmen und Detailaufsätzen können verschiedenste Seils kreiert werden, angefangen von kurzen und mittellangen bis hin zu langen Bärten und sogar drei Tage Bärten. Mit einer Akkulaufzeit von 50 Minuten und einer Ladezeit von ungefähr 10 Stunden ist das Gerät ausgesprochen langlebig. Die Reinigung des Multigroomers ist einfach, da er unter fließendem Wasser gesaubert werden kann. Zusammenfassend ist das Braun MGK 3321 ein multifunktionales Gerät, das eine breite Palette an Haar- und Bartstyling-Optionen bietet. Mit verschiedenen Längeneinstellungen, Trimmen und Detailaufsätzen sowie einer guten Akkulaufzeit stellt es eine solide Wahl für die alltägliche Bart- und Haarpflege dar. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.